Um was geht es bei der kantonalen Volksinitiative für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung? Wie sieht die Ausgangslage aus? Mit knapp 26 Kilometern ist beinahe die Hälfte des Uferwegs rund um den Zürichsee im Kanton Zürich gebaut. Auf weiteren 12,4 Kilometern verläuft er auf dem Trottoir entlang der Seestrasse. Auf Gesamthaft 12,6 Kilometern Länge bestehen gemäß heutiger Uferwegplanung noch Lücken. Seeuferwege um den Greifensee, Pfeffikersee und Türrlsee sind vollständig erstellt. Die ökologische Gestaltung der Seeufer ist gesetzlich bereits festgeschrieben. Dies gilt auch für den Planungsgrundsatz, dass See- und Flussufer freigehalten und der öffentliche Zugang und die Begehung erleichtert werden sollen. Für die Erstellung der Uferwege entlang der Zürcher Seen und Flüsse stellt der Kantonsrat jährlich mindestens 6 Millionen Franken im Budget ein. Was will die kantonale Volksinitiative? Die Volksinitiative für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung verlangt, dass See- und Flussufer freigehalten und der öffentliche Zugang sowie die Begehung erleichtert werden. Zudem wird gefordert, dass die Uferwege in der Regel am Land und möglichst nahe am Ufer entlang führen, unberührte und ökologisch wertvolle Ufer ungeschmälert erhalten bleiben und die Ufer ökologisch aufgewertet werden. Für den Zürichsee fordert die Volksinitiative zudem, dass in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden bis 2050 ein durchgehender Uferweg erstellt wird. Dafür soll die Kantonsverfassung entsprechend geändert werden. Der Kantonsrat und der Regierungsrat lehnen die Volksinitiative ab. Was sind die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter der Volksinitiative? Spazierwege entlang von Seen und Flüssen sind beliebt und werden das ganze Jahr über häufig aufgesucht. Mit der Uferinitiative wird die Realisierung der fehlenden Abschnitte ermöglicht. Verbaute Ufer sollen bei der Erstellung von Uferwegen naturnah aufgewertet werden. Neue Nistplätze für Vögel entstehen. Fische bekommen mehr Lebensraum. Wo Uferpartien aus Gründen des Naturschutzes zu schonen sind, soll der Fussweg über Stege oder von der Uferlinie abgesetzt geführt werden. Frei zugängliche Gewässer und naturnahe Uferwege besitzen eine einzigartige Anziehungskraft. Mit dem Wachstum der Bevölkerung im Kanton Zürich und der steigenden baulichen Verdichtung nimmt ihre Bedeutung laufend zu. Ihr Nutzen übersteigt die Kosten bei Weitem. Was sind die Argumente des Kantonsrates und des Regierungsrates gegen die Volksinitiative? Der Zugang zu den Ufern ist bereits ausreichend gesetzlich geregelt. Diese Regeln sind schon heute eine gute Grundlage, um Rücksicht auf die Anforderungen von Natur- und Gewässerschutz zu nehmen. Sowohl das Parlament wie auch die Regierung sehen das so. Die Realisierung eines durchgehenden Seeuferwegs würde zu einem massiven Eingriff ins Privateigentum und in die Eigentumsgarantie führen. Für die Realisierung des Uferwegs um den Zürichsee geht der Regierungsrat, gestutzt auf ein Gutachten, von unverhältnismäßig hohen Kosten im Umfang von 350 bis 650 Millionen Franken aus. Das mit Abstand Meistergeld würde für den Landerwerb mit Entschädigungen für Grundstückflächen ausgegeben. Regierungsrat und Kantonsrat empfehlen ein Nein zur Volksinitiative. Weitere Informationen finden Sie in den Abstimmungsunterlagen des Kantons.